Hallo meine Freunde, ich zeige euch jetzt das Secret Lair Drop zu Happy Little Gathering. Ich bin ja schon ein bisschen gehypt. Die Leute, die wissen was hier drin ist, können es vielleicht ein bisschen nachvollziehen, wenn sie den netten Herrn kennen, der die Sachen gemalt hat. Ein Held meiner Jugend. Viele Nächte mit ihm rumgeschlagen. Es geht um den guten alten Bob Ross. Wer es nicht kennt, googelt es, hört jetzt auf, hört jetzt auf dieses Opening zu gucken. Gebt bei YouTube Bob Ross ein und guckt euch zwei Stunden lang Videos von ihm an und dann schaltet wieder hier rein und guckt euch das weiter an. Dann werdet ihr es verstehen. Allein schon, dass hier unten Bob Ross steht auf der Karte. Ich bin Batschnass. So, hier unten auch noch eine Karte drin. Das ist jetzt Bob Ross als Brainswalker. Ist ja so schön. Es sind auf alle Fälle mehr. Wir haben eben noch überlegt, wie viele Karten drin sind. Das müssten von jedem Basic-Bank Typ 2 sein. Bei der Stärke hier könnte es hinkommen. Es sind sogar, wenn mich nicht alles täuscht, die ersten Zeichnungen von Bob Ross, die verkauft wurden. Von dem ist, dass es alles irgendwie verschwunden ist. Alles, was der gemalt hat, die Bilder. Also krasser als Banksy, muss ich sagen. Der gute alte Bob. Freunde, wo muss ich hin? Hier. Das sind schon sehr schöne Artworks. Machen wir mal weiter. Das war die erste Ebene. Die zweite Ebene. Mit diesen glücklichen Bäumen, die man hier sieht. Wunderschön. Der Busch. Ja, der Busch. Wow. Ist also alter Blauspieler. Die Insel, ne? Schön. Ich bin ja auf die Wälder am meisten gespannt. Ebenen habe ich meistens nur so eine im Deck. Mal gucken, was mit meinem Schwarzwald konkurrieren kann. Selbst die Sumpfe sind glücklich gemalt bei Bob Ross. Freunde, seht es euch an. Es ist wunderschön. Boah. Wow. Das ist ein schöner Sumpf. Ich mag das, wenn das jetzt noch das ganz alte Kartenborder wäre. Oh, das wäre so, so, so nice. Jetzt kommen jetzt die Wälder. Jetzt kommen erst die Gebirge. Ach, die Wälder kommen ganz am Ende. Ja, schön mit den Bäumen vorne. Hinten das Gebirge. Kleines Häuschen. Ne, ne, was schöne Länder. Und die Wälder steht hier unten, der Bob Ross. Könnt ihr das lesen? Jetzt kommt heute Bob. Das ist der einzig wahre Bob. Ja, auch schon mit dem Fluss, der den See übergeht hier vorne und dann mit den Wäldern und dahinter die Gebirge. Und jetzt kommen, kommen die Wälder. Uh. Sehr geil. Also mit der Sonne, die hier einfällt, sieht man so ein bisschen Wasser, sumpfmäßig. Auch sehr, sehr schön. Sehr, sehr nice. Und der letzte Wald. Oh mein Gott. Ich glaube, der toppt meinen Schwarzwald. Ich meine, das Euroland aus dem Schwarzwald, wer es nicht kennt, schaut es euch auch an. Ich war das schon. Das sind in Trieberg die Wasserfälle. Aber hier, das hier, boah, das ist auch ein sehr schönes Land. Das wird auf alle Fälle neben dem Schwarzwald in mein Maverick Deck wandern. Also, drunter ist Ebene. Schreibt jetzt in die Kommentare, Freunde, eine Ebene muss ins Maverick. Welche hättet ihr gerne? Also, Ebene Nummer 1. Oder Ebene Nummer 2. So, jetzt zeige ich euch noch die gute alte Überraschungskarte. Schreibt jetzt in die Kommentare, ob es Bob Ross als Planeswalker werden wird. Das ist ein Land. Es ist in den Walling Miles. Und ich glaube, es war sogar bekannt. Trotzdem, ich wusste es nicht und ich freue mich drüber. Weil es ist von fucking Bob Ross gemacht. Oh. Oh nein, da steht, oh mein Gott, ich muss in Walling Miles spielen. Im Legacy. Ist mir egal, weil ich dieses Land spielen möchte. We don't make mistakes. Just happy little accidents. Bob Ross. Ich liebe ihn. Ich liebe euch. Ich bin Ross. Fühlt euch umarmt, geküsst, geliebt. Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020